ok da war der ganze scheiß noch mal rauf runter wegen der scheiß drohnen muss dann ja immer abgezimmert doch mal gucken wo die andere gleich bleibt nur wer richtig am atmen ist okay umso näher ich dran gestehen umso näher ist das schneller geht das mit dem laden okay alles klar wir haben gleich auf jeden fall noch so eine scheiß drohne so das haben wir folgen ich höre ich sehe es nur gar nicht jetzt aber zurück das aufladen oder kann sogar noch schnell rennen wo der hätte ja mal richtig abhalte aber es hätten auf dem mond unterwegs noch mal nutzen so danke jetzt gewahr gehen wir noch mal sonst fliegen wir gleich wieder runter was ist das glaubt da müssen wir rüber ja warte mal hier ist glaube ich anlaufzonen oder glanzleistung baby ok machen wir auch damit man da reichen glaube ich denke ich mal danke 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 und zu machen wo ich hier ein knapp kann ich irgendwo drücken ok hier schalttafel wo kann man denn jetzt den anzug aus ich denke mal dankeschön alter damit mal auf helloween das wäre aber bestimmt oder mit zum dead space anzug ja wohl das ist porno ja dort die waffe ist auch ich weiß die du liebst die wo will ich nie eigentlich hin hier ist doch gar nichts ist doch gar nichts ich renne hier einfach was haben wir hier ein messer was machst du da was ich war so moment damals im lager ich kannte sie gut mit eisernen will keine familie mehr alle tut der glaube er hat sie am lieben ich habe so einen starken glauben für mich muss es überall zweifel geben sonst ist kein platz für fragen zum lernen dieser ort hier ist das ergebnis gnadenloser überzeugung absolute gewissheit führt hierher und trotzdem glauben sie ich frage mich ich frage mich was für ein gott so viel leid zu und ich frage mich ob ich noch vielleicht will er uns prüfen möglich und wenn das so ist dann versagen wir kläglich ich ah ja alter du bist da hatte verweckte ich weiß das ding einfach so weg ja und jetzt blutest du und jetzt oder was oder wie jetzt sagt mir nicht ihr könnte zeit zum bluten er ist ja hatte sauer und jetzt sieht man das nicht mal wie es da blutet das haben sie aber schlecht gemacht hier ist schon wieder rambazamba im sack mit Oh, geht doch runter! da oben einer ist noch da, den hole ich mir noch ja ich habe wieder so eine panzerung an, der sack du eine bessere position oh, 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 da gehe ich jetzt hin kannst du aber laut sagen ich bin kurz der wanderlops so, damit gehe ich jetzt das Ding erstmal füttern hier oh, lolololololololololololol danke ich lese mal auf limiter reicht, das nehme ich auch mal mit was brüllt der immer so rum alles klar, 100 nein, ich denke nicht egal, dass wir rüberkommen, dann brauche ich da hinten wenigstens wegen dem Gefechtsturm da nicht so ein Liederling machen oh, danke da spritzt ihm der Schädel weg da trat ihm vor dienst die Musik ist ja episch, alter bum 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 jaaah jawohl das okay, für die Position, alles klar, mach, mach, mach ich, bin ich dabei, eh, dann sind wir dabei... das ist prima dann hat man ob du ja 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 mit der schwerkarte sollte ich mit der zweiten maus wagen weil okay dann habe ich um gemäht hat aber jetzt muss ich mir erst mal wieder hier gut dass man das immer aufladen kann er traut sich doch sowieso nicht er kann von hinten aus auch nicht das brauchen wir jetzt nicht das haben die musik ist schon krass von hinten was bei dir brett wohl der toch so jetzt gucke ich mal hab doch bestimmt hier unten doch über unsere wäsche rumfliegen und ich muss ich es weg aber ich habe noch ein signal 90 metern geben weniger immer voll was du noch was für mich die oder nicht und ich konnte position nicht halten ok 40 meter im 90 besser als 100 waaah hab ich dich hab ich dich bled komm herr nach hui so wie jetzt kommen wir mal frohen trinken wir ein wort geil so preis sind habe ich noch einmal ok hier geht es rein da müssen wir uns rücken glaube ich meine ich oder ja jetzt geht es da oben eh warum eh du solltest ja wir haben doch alles aufgelaufen und durch die der weg nicht durch die ist geil hier sind zwar ja wie auf präsentiert teller oh nein vor Ort wau sie alter wau sie alter wau sie alter wau sie wau sie wau sie heftig Was ist da jetzt hingewiesen? Hab dich! Hahaha! So? So. Irgendwo muss noch einer rum. Oder zwei. Musik wird leiser, das heißt ich gehe wahrscheinlich von dem weg. Irgendwo ist hier noch einer. Mit der Waffe ist das echt Porno muss ich sagen. Okay, hier komme ich nicht weiter. Das brauche ich jetzt nicht, das ist 100%. Könnte ja einmal hier oben noch lang gehen. Laufnahmen brauche ich auch nicht. Komm ich denn da lang? Aber das ist ja grün. Vielleicht komme ich auch da rein. Hmm. Okay. Soll ich jetzt da noch rumlaufen? Ich habe es eigentlich tot gemacht, oder? Naja komm, scheißegal. Mal. Mal. Mal was als nächstes kommt. Mal. 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 Mal.